so servus freunde schön dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen folge von overwatch wir zocken heute mit den legendären hyper geilen coolen krassen hansi oder huso oder keine ahnung wie er den immer alle nennt ich finde ihn ganz geil ich denke zwar dass ich heute wieder schlechte karten ab und das wieder aus irgendwelchen gründen nicht ganz so geil schafft hier voranzukommen macht das scheiß schild weg junge scheiße kommen wir haben da kommt jemand glaube ich oder doch nicht die scheiß frost braut ist glaube ich am start hier okay da haben wir schon sehr nice komm 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 was ist denn jetzt los man die braut hat keiner gesehen und auch wieder der einzige wirklich der einzige der wieder die arschkarte zieht es wäre der panne schon wieder der einzige der die drecksarschkarte wieder mal zieht ist echt immer das gleiche komm her jetzt du bitch junge geh doch mal aus dem weg man ja man wenigstens haben wir den pisser getroffen hier oh los auch wenn ich jetzt sterbe vielleicht kriege ich ja auch noch wen weg äh äh hat jetzt meine super überhaupt was gebracht leute hat meine super jetzt überhaupt jemand getötet alter was ist das denn für ein scheiß schon wieder ist so episch das spiel ist es einfach so episch ganz ehrlich das geilste spiel überhaupt wieso uns zurückdrängen oh stöte ihn doch man warum tötet den keiner das kann doch nicht sein man der hatte doch bloß noch zwei balken gehabt was machen meine leute überhaupt alles klar er holt sie alle weg er tötet sie einfach mal alle diese braut hat doch ständig irgendein schild drauf die bitch oh fuck fack 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 schnell wegrennen hier vorsicht kann sein dass jetzt von hier welche kommt oh man leck mich doch am arsch diese blöde tante man die stresst auch so rein zwei vier und damit auch noch zwei goldmedaillen das ist schon wieder so witzig ganz ehrlich ich habe gestern so lange gespielt und ich war immer geil gewesen keine ahnung 23 und all so ein scheiß und jetzt saugeil wieder ja und wie oft hat diese missgeboten tochter wie oft hat ihre scheiß super über die frage ich mich wie oft frage ich mich echt die hat ständig ihre scheiß super über die permanent vom weg sind drachen jetzt mal ein bisschen sind hier heilung wäre geil Haben wir natürlich wieder nicht. Ja, nice. Danke dir. Schaffen wir nicht. Schön. Schaffen wir nicht mehr. Es sei denn, wir sind jetzt permanent dabei. Dann könnte es gehen. Jetzt kommen die von oben wahrscheinlich auch wieder. Es geht auch wieder schlecht aus. Komm, 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 komm. Vielleicht haben wir Glück. Leck mich. Ja. Ja. Ey, ganz ehrlich. Aber wir haben wenigstens den Checkpoint erreicht. Auch wenn wir es von der Zeit her jetzt echt viel verloren haben. Weil 1,50 ist sowieso gut wie gar nichts, ey. Noch einmal von vorne. Wie der scheiß Han so abgeht, ja. Wie er seine Lackschüsse verbreitet da. Oh, Mann. Ja, komm, töte sie alle, Mann. Töte sie alle, ey, ey, ey. Komm. Geh doch, Mann. Geh doch, Mann. So, komm, vielleicht sitzt er nochmal ein bisschen hier. Schaffen wir nicht mehr. Ist viel zu großer Weg. Ist ein viel zu großer Weg. Ja, die Macht wächst, Junge. Natürlich. Oh, geil, Mann. Wenigstens ihn habe ich bekommen. Tracer ist am Start, glaube ich. Oh, nice. Habt ihr den geilen Kill gesehen gerade? Natürlich jetzt auch wieder episch hier. Und wie lange man festgefroren ist. Ganz ehrlich. Wie lange man festgefroren ist. Ja. Es ist echt maßlos übertrieben auch. Drei Stunden festgefroren. Das Problem ist, wenn ich mit der Braut zocke und jemanden festfriere, ist der Typ nur zwei Sekunden festgefroren. Dann ist er wieder draußen und tötet mich. Bastard. Verlängerung. Komm, es sind noch ein paar Meter. Knappe fünf Meter. Los. Oh, nein, Leute. Kommt, geht hin. Renn zum Wagen, Mann. Komm, 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 komm. Oh, scheiße. Renn zum Wagen. Komm, hau sie noch weg, Mann. Ach, komm, leck mich. 9-7. Naja, wir haben zumindest noch aufgeholt. Ist ja schon mal etwas hier, ey. Nerd des Spiels. Ist der Nerd des Spiels hier. Renn des Spiels. Renn des Spiels. Renn des Spiels. Renn des Spiels. So ein Lacker, ganz ehrlich. Wenn ich die Super einsetze, töd ich nie mehr als zwei. Obwohl da manchmal echt alle auf dem Haufen stehen. Wenn ich die Super zünde, macht die gar nicht so viel Schaden, dass alle sterben. Das ist echt ein Phänomen. Ich weiß auch nicht. Das ist, entweder ist es wieder wie bei Black Ops 3, dass es total ungleichgewichtig ist zu spielen. Oder sind Cheater. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Für die Leute, die jetzt wieder haten, danke für den Daumen runter. Und dann bis zur nächsten Folge. Servus. 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 Servus.